Are you listening? Damn! Also die erste Frage ist erstmal Cardio, um körperfettlos zu werden. Also es kommt immer darauf an, in welchem Zustand du bist, wenn du jetzt 300 Kilo oder so hast, dann ist es natürlich besser erstmal mit langsamem Cardio anzufangen. Aber ich empfehle eigentlich eher gleich mit Krafttraining anzufangen, mit Kraftsport anzufangen, weil du hast einfach da viel mehr Vorteile davon. Erstens verbrennst du damit viel mehr Kalorien als wie mit normalem Cardio. Und zweitens hast du auch noch den Vorteil, dass dein Grundumsatz steigt, weil du Muskeln aufbaust und je mehr Muskeln du hast, umso höher ist dein Grundumsatz. Das heißt, du verbrennst auch in Ruhephasen Energie und Kalorien. Oder wie siehst du das? Sehe ich genauso. Aus Sicht deiner Frau. Da hast du meine Argumente gestohlen. Aber ich finde halt vor allem im Kraftsport ist es halt oft, dass Frauen sich dann denken, ja, wenn sie anfangen mit Krafttraining, dann schauen sie gleich so dick aus, wegen dem Muskel oder so männlich aus oder sonst was. Aber ich finde, wenn man wirklich mit hohem Gewicht arbeitet, was aber eh lang dauert, dass man hinkommt, dann kann es sein, dass der Körper halt wirklich sehr muskulös ausschaut. Aber an sich finde ich Kraftschutz schon besser, weil erstens definierte Muskeln schauen einfach viel besser aus und man schaut nicht aufgrund dessen dann dicker aus oder sonst was. Und eben dadurch, dass man dann im rohen Zustand auch mehr Fett verbrennt, da man eben Muskeln hat, bringt das meiner Meinung nach mehr als Cardio. Und ich bin generell nicht so Cardio rein. Also ich tendiere auch auf jeden Fall zu Kraftsport. Genau, coole Antwort auf jeden Fall. Dann die nächste Frage war noch, kann es sein, dass man durch Krafttraining dick ausschaut, wenn man als Übergewichtiger anfängt? Ja ist jein. Also einerseits, ja das kann man jetzt schwierig beantworten, einerseits, wenn man schon einen recht hohen Körperfettanteil hast und dann in die Aufbaufase gehst, dann wirst du natürlich noch etwas dicker, was dann schwierig wird. Allerdings muss man auch sagen, dass du vor allem als Anfänger, also mit relativ niedrigen Kraftwerten, auch Muskeln aufbauen kannst und gleichzeitig Fett abbauen kannst. Ja, es werden mich einige steinigen, aber es ist widerlegt, es ist ein Mythos. Natürlich können das jetzt sehr, sehr fortgeschrittene Athleten nicht mehr. Aber als Anfänger kannst du gleichzeitig Muskeln aufbauen und Fett verbrennen oder Fett abbauen. Und ja, deswegen würde ich sagen, dass es eigentlich nichts sein kann. Beziehungsweise würde ich dir empfehlen, gleich mit Kraftsport anzufangen. Was allerdings sein kann, ist, dass wenn du schon einen relativ dickeren Bauch hast und dann viele Bauchübungen machst, dass dann einfach deine Bauchmuskeln hypertrophieren und das dann einfach ein bisschen dicker ausschaut, weil die einfach gegen die Bauchhörn drücken. Das kann schon passieren. Genau. Was haben wir noch für Fragen? So, und die nächste Frage wäre, welche Ernährung empfiehlst du? Low Carb oder Kalorien zählen, etc.? Okay, also ich muss sagen, ich bin nicht so der Fan von Low Carb. Ich komme einfach dadurch nicht klar, weil ich einfach viel zu viel gern Haferflocken esse, Kartoffeln esse. Pasta. Also, meiner Meinung nach, also ich mache so, ich mache High Carb, moderates Protein und ja, relativ niedriges Fett. Und zur Frage Kalorien zählen, das ist eine schwierige Angelegenheit. Als Anfänger vielleicht nicht schlecht, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viele Kalorien das jeweilige Lebensmittel hat. Aber es kann auch schnell in die andere Richtung umschwanken, vor allem bei Frauen geht das sehr schnell in Richtung Essstörung. Essstörung, ja. Ja, vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Ja, ich finde, man muss halt alles, egal welche Diät man macht, in einem gesunden Ausmaß machen. Also, wenn man dann wirklich anfängt, irgendwie wegen 10 Kalorien, die man mehr gegessen hat, rumzuspielen, ist das halt echt schon ein bisschen übertrieben. Und es gibt ja auch viele Diäten, die jetzt, also nach dem System gehen, man hat halt einen Tag, wo man dann alles essen darf, so ein Cheat-Day-mäßig. Und das ist eigentlich eine gute Idee, finde ich, weil dann verzichtet man sozusagen auf nichts und hat einen Tag, auf den man sich irgendwie mehr freut, weil man da eher alles essen darf. Aber manche Leute, das kreiert das dann ein bisschen und dann werden es ein paar Tage. Aber an sich finde ich halt, solange man alles in gesunden Ausmaß macht, passt das. Und ja, ich bin jetzt auch nicht so ein Low-Carb-Mensch. Erstens finde ich, Kohlenhydrate halten einfach länger satt. Vor allem, wenn man es mit viel Protein kombiniert. Ja, der hält aber eher das Protein satt. Okay. Aber ich weiß nicht, ich war auch mal mehr Low-Carb-mäßig unterwegs, aber mittlerweile eher nicht mehr so. Ja. Und nur kurz zu der Frage wegen Juju-Effekt bei Low-Carb. Ja, es ist einfach so, dass manche Menschen besser geeignet sind für Low-Carb. Das sind vor allem sehr stark Übergewichtige. Kommen mit Low-Carb meist besser zurecht, weil sie einfach noch mehr freie Fettsäuren im Blut haben, die dann als Energieträger dienen. Weil ja, Low-Carb, kann ich mal kurz anschneiden, da stellst du den Körper quasi um von der Energiegewinnung von den Kohlenhydraten auf Fett. Also, das habe ich jetzt blöd gesagt. Du stellst den Körper um von Kohlenhydrate als Energiequelle auf Fette als Energiequelle. Genau, das dauert einfach eine Zeit, aber das funktioniert bei Menschen mit Übergewicht besser, weil die einfach mehr freie Fettsäuren im Blut haben. Der Jo-Jo-Effekt wiederum, der hat jetzt nicht unbedingt was mit Low-Carb zu tun, sondern einfach dadurch wahrscheinlich, weil du, sagen wir mal, du nimmst jetzt 10 Kilo ab. Hast du vor 80 Kilo gehabt, jetzt hast du nur noch 70. Und jetzt isst du aber mit 70 Kilo genauso viele Kalorien, wie du mit 80 Kilo gegessen hast. Das Problem ist dabei allerdings, dass durch die 10 Kilo, die du abgenommen hast, ist natürlich auch dein Grundumsatz geschrumpft und du hast weniger Kalorienverbrauch pro Tag. Und dadurch nimmst du wahrscheinlich schneller wieder zu, oder wie du schon gesagt hast. Dass man halt zu viel auf etwas verzichtet hat und dann denkt man sich nach der Idee, ja gut, jetzt kann ich ja wieder alles essen, was ich mag, und dann nimmt man das alles wieder zu. Im Endeffekt wahrscheinlich noch schneller, als man es abgenommen hat. Ja, genau. Das sind einfach die Grüne. Ich hoffe, wie hat es geheißen, Curly-Gurly. Deine Fragen haben wir gut beantwortet. Falls nicht, schreib es nochmal in die Kommentare, wir machen gerne noch ein Video dazu. Dann sagen wir, sagen wir beide. Gute Nacht. Erst einmal danke für die 180.000 Abonnenten, die haben wir heute geknackt haben. Jetzt geht es weiter auf die 200. Und ja, wir sollen jetzt keep us from training. Du musst dein Leben hinter dir. Schau. Schau, kid. Bad things happen and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them. Well, that's not what I was told. And maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. Bye. Girl part way. finns im Jim are hmm. Die. Die Schwinger. Die. Untertitelung des ZDF, 2020